Hallo und herzlich willkommen bei unserem ersten Let's Play hier schön standardhaft auf der Map Shiner Rising. Also da, wie von uns auch gesagt, die Map wo das Haus zerfällt. Und wir spawnen jetzt hier mal ganz stramm bei E. Ja, bei Echo. Ich bin heute mal wieder der Sturmsoldat und du? Ah, da vorne bist du schon. Ich bin noch hinter dir. Wir haben jetzt schon so ein bisschen beide das Spiel angezockt. Äh, ich bin Level 5. Welches Level bist du? Ja, okay. Wir sind gleich mehr angezockt. Ich muss hin. Da oben ist ein Typ. Ich stelle dich mit mir weg. Es ist eh viel. Ne, warte ich mich zu lob! Jaa, schön geneift. Oh, Mann. Jaa, it's how it is. Sind jetzt hier schön immer... Reingejoint. Natürlich verliehen unser Team, obwohl wir zwei Level 110er haben. Heißt, wir können das noch umreißen. Jaa, es ist schon echt heftig, jetzt schon Level 110 zu sein. So, schön eigentlich hier weggebratzt. Hier waren auch noch welche. Ich weiß, was hier noch sei. Jaa, natürlich. Oder? Was? Oh, verdammt. Dagegen kann man sich leider nicht wehren, wenn einer sich vorhin knifet. Aber okay. Eben hab ich eigentlich schon ge-counter-knifed. Einfach sofort F-Spam und dann... F. Ah, schön getötet. Jaa, du hast 150 Punkte bekommen. Jaa, hast du... Westlich von dir scheinen feinlicher Schaufschütze zu sein. Jaa, oh, warte mal. Hier hinten bei E. So, hier mit Q kann man auch zum Beispiel sein. Kläser, Munition, alles mögliche. Ähm... Hier zum Beispiel... Los, los, los. Kann wir jetzt zum Beispiel unserem Team mal ein bisschen... ...ermutigen, dass sie auch mal hier reingehen. Oh, da hatte der den Shotgun. Jaa, das sind mehrere... Pass auf, der rechts tut ein Panzer. Lauf, lauf, lauf. Ich hab ein feindliches Fahrzeug. Weißlich deiner Position nicht mehr. Hey. Was hier macht das Panzer? Weißweg deiner Position scheint ein feindlicher Panzer zu sein. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ah, MG ist doch auch cool. Bei E ging ganz schön die Portion ab. Jaa. Jaa. Auch wenn hier so ein paar... Weißt du mich? Jaa. Jaa. Also wie gesagt, Battlefield 4 auch momentan eins meiner Lieblingsspiel. Jaa. Also wie gesagt, Battlefield 4 auch momentan eins meiner Lieblingsspiel. Ah, verdammt. Da wurde ich gekillt. Den hab ich nicht gesehen. Oh, komm zu C. Zu C? Komm C. Oh, C. Ganz schön im Großen Haus. Jaa, das ist auch echt cool. Oh, hier kommt einer. Oh, hier kommt einer. Aufzug. Jaaa, das ist vielleicht... Ah, das ist vielleicht... ...in mir meint etwas Snoop-like. Davor zu warten und dann wieder... St Aaaaah, habe ich noch Reanimat bekommen? Ah, nein, verdammt! Ja, ja, die alle haben mich auch gerade getötet. Oha, guck dir mal an wie viele da oben schon sind. Das Game sieht nicht ganz so gut für uns aus. Ah, da komme ich auch mal zu dir. Ah! Ich bin sogar noch im G. Oh, ich hab einen! Oh ja, Partei! Schaffst du es da unten zu landen? Ähm, da unten genau vor dem Gebäude, so dass wir da mal nach oben ein bisschen Party machen können. Ah, Mann. Wie sie alle da unten warten, wie die Geier. Ja, der Panzer, da war zwei Stück. Ah, das ist schon echt heftig. Also wie man sieht, sie wollen unbedingt hier das Haus haben. Ich spawn hier mal bei D. Wir haben Einsatzziel Bravo neutralisiert. Wir haben gerade Einsatzziel Bravo neutralisiert. Ach, schade. Ich bin auch nicht in Ruhe. Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Bravo. Das ist die Kontrolle des Einsatzziel. Ah, okay. Bei mir war ganz irgendwie ein ganz bloßer Lack. Ah, verdammt. Ich konnte hier mehr retten. Okay. Oh, da oben ist einer. Ja, schönen Headshot. Welche Dinge? Äh, ich weiß es gerade nicht. Oh, verdammt. Da guck ich einmal zu dir. Sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Ach, schade. Ach, verdienen wir gerade wieder. Okay. Okay. One-Man-Army, hab ich gehört. One-Man-Army. Bist du heute mal wieder? Ja. Ja. Oh, verdammt. Da ist ein Panzer. Ein feindlicher Panzer. Feindlich Panzer merken nicht ganz die freundlichsten. Okay. Ja, hier, hier vorne ist auch ein Fahrzeug hier um die Ecke. Bist du tot? Warte, wo bist du? Wo bist du? Schön, der Medic hier wieder. Oh, wir müssen hier einmal ganz kurz. Hier rechts. Ich hab die gerade mit dem Medipack hingebrochen. Anscheinend ist nördlich deiner Position feindlicher Helikopter. Möchtest du doch lieber Zuckerlees? Doch lieber Zuckerlees. Lieber Zuckerlees als Medipacks. Ich glaub, da oben sind wieder ein paar. Da ist das aktuelle Einsatzteam. Schön, realisiert. Ähm, eigentlich schon gerne, ja. Äh, ich bin hier grad unten. Warte. Kommst du hier hin? Ähm, ja, ich bin an der FG. Okay, das war ein freundlicher... Ich hab dich verpackt zu dem feindlichen Panzer. Weski ist in der aktuellen Position. Ja, ich weiß nicht, aber ich glaub, da hatte ich jetzt ziemlich wenig Chancen. Ja. Ja. Ich mein, die Runde können wir noch zu Ende spielen. Ja. Aber guck mal, das sieht gar nicht mal so schlecht für uns aus. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Da ist ein freundlicher Panzerwagen. Öffentlich deiner Stellung. Was? Nein. Oh, ich bin so schlecht. Oh, Mann. Ach, wir haben wieder ein C. Das ist ja cool. Gelandet bei euch. Hier ist aber auch ein Hedi. Alter Verhalte. Oh, oh, oh. Warte, ich belebe dich wieder. Ach, Mann. Aber ist ja nicht so schlimm. So, wo haben wir denn den guten Heli hier? Wir haben Einsatzziel Echo erobert. Wir kontrollieren jetzt Einsatzziel Echo. Bestlich deiner aktuellen Position ist ein feindlicher Panzerwagen. Ich hab nicht Kontakt zu einem feindlichen Panzerwagen. Bestlich deiner aktuellen Stellung. Ach, genau. Ach, genau. Nee. Dieses Einsatzziel hat jetzt Priorität. Dieses Einsatzziel hat jetzt Priorität. Oh, nein. Ich glaub, da oben sind wieder welche, oder? Ich vermuse es. Ja, da oben sind wieder welche. Ah, hier oben ist es ganz schön spannend, muss man ja mal sagen. Ja, du denkst ja auch hier, du weißt ja. Mensch, du guck mal, wir haben wieder Punktegleichstand. Von 300 am Anfang. Ja, das war nicht allzu viel, aber ein bisschen. Ja, das war nicht allzu viel, aber ein bisschen. Ja, das war nicht allzu viel. Ah, dann hätten wir ihn. Ach, jetzt schnell ich hier den wiederbeleben und dann ist alles gut. Oh, oh. Ist das jetzt ein Striper, oder? Ach, Mensch, wir müssen so langsam nochmal einen Point einnehmen, damit wir einen sicheren Win haben. Das ist das Einsatzziel, das jährlich aufsteht. Oh, oh. Und? Wo bist du? Das ist das Einsatzziel, das jährlich aufsteht. Was? Ich bin tot? Okay, gut. Ist der Medic? Ist der Medic? Ist der Medic? Ich bin tot. Nein, das ist das. Es ist der Begründer. Oh, komm mal. So, okay, Leute Obwohl wir am Anfang noch 200 zurücklagen Gewinnen wir das jetzt auch noch Ich mach nochmal einen schönen hier in Olu-Spur Ja, wir haben gewonnen Würde ich sagen Well, good game Wie hier oben auch schon alle schreiben Und ja, dann Wir sehen uns bei der nächsten Folge War schön, die erste Folge Und ja Dann, tschüss, ne? Ciao, bis dann Ciao